... und Luciano Lina unmissverständlich angedeutet. Schauen wir uns das rasch noch einmal an. Wo passiert diese Situation? Ja, 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 ja. Da ist die Hand dabei. Ton nimmt den Ball dann mit der Hand mit. Ganz klar, die Wiederholung hat uns das gezeigt. Danke dem Regisseur für dieses Zuspiel. Einwandfreier Elfmeter jetzt. So, und jetzt Daumen halten. Wir könnten in Führung gehen. Achtung! Toni, jawoll! Toni Bolster, der Torschütze. 1 zu 0! Österreich führt gegen die Bundesrepublik Deutschland mit 1 zu 0. Wann hat es das zuletzt gegeben? Kann ich Ihnen sagen. In der Qualifikation zur Weltmeisterschaft, wo wir hier mit 1 zu 3 verloren haben. Damals hat Walter Schaffner auch Österreich mit 1 zu 0 in Führung gebracht. Sein sechstes Tor in der Nationalmannschaft für Toni Bolster. Der Torschütze zum 1 zu 0. Nach zwölf Minuten, hier noch einmal. Ja, keine Chance für Immel. Und Toni Bolster erzielt... Völler am Ausgleich. Ausgleich durch Rudi Völler. Jetzt hat man Druck gemacht und die Freude werte nur knapp 2 Minuten. Ausgleich durch Rudi Völler. Tempo verschärft. Wir haben den Ball nicht weggebracht. Und Postwende. Der Ausgleich. Hier noch einmal. Lindberger, da steht er schlecht. Da muss er hinaus. Ja, in diesem Fall muss der Tormann haben innerhalb des 5-Meter-Raumes. Keine Frage. Aus kurzer Entfernung kommt hier Rudi Völler dann zum Kopfball. Aber schön gemacht in der Vorarbeit. Wir sehen es hier. Vorbei da mit dem rechten Fuß. Und Lindberger zögert. Und ein Unaufkopfball von... Und bereits im Strafraum schießt er noch einmal, der Toni Bolster. Und der Franz Beckmann, der kann es nicht fassen, dass der Luciano Lien jetzt noch einmal ein Meter geht. Es ist für mich keine Frage gewesen. Ich war mir noch nicht ganz im Klassen, ist er im Strafraum oder nicht. Ja, im Strafraum eindeutig. Hier zeigt uns das die Wiederholung. 2 Meter im Strafraum. Gott sei Dank gibt es ja heute, dank der vielen Kameras, die wir haben, die Möglichkeit aus allen Perspektiven alles zu sehen. So, und heute wieder die Damen. Wieder für den Toni Bolster. Wir werden älter noch einmal die Nerven. Ich hoffe es. Ich wünsche es mir und sie sich zu Hause auch neuerliche Chance führen zu geben. So. Ganz kurz. Und mal halt. Holster. Und 2-3 für Österreich. 2-3. Toni Bolster mit seinem zweiten Elfmeter-Tor bringt Österreich. Neuerliche Führung. So. Innerhalb von etwas mehr als 5 Minuten drei Treffer jetzt in diesem Spiel gefallen. Holster. Und herrlich getäuscht diesmal ins andere. Himmel hat wieder keine Chance. Holster. Hör mir da ganz genau zu. Ja, herrlich angetäuscht und dann verwandelt. Und wenn ich auf unsere Städte nicht schaue. Hör mir da ganz genau zu. Ja, herrlich angetäuscht. Ja, herrlich angetäuscht. Ja, herrlich angetäuscht. Ja, herrlich angetäuscht. Hier im Wiener Stadion. 3-1 für Österreich. Eine Riesensensation bahnt sich heute an. Ist denn das die Möglichkeit? Reinhard Kinas. 3-1. Keine Chance für die deutsche Abwehr. Kurz abgespielt. Dieser Eckball von Ogris zu Werner. Die Flanke zur Mitte. Und der großgewachsene Reinhard Kinas war völlig frei. Hier sehen wir es. Werner hat ja verzögert. Verschläft die Flanke. Schaut Sie, wie hoch Kinas springt. Und ähnlich wie zuvor. Föller mit einem Bodenauf-Kopfball. Und er weiß es sehr früh, dass der Ball ins Tor geht. Schaut Sie, wie früher die Hände in die Öl gerissen hat. Mein Gott, ist das eine Freude heute hier. 3-1 für Österreich. Noch 21. Andreas Ogris. Sehr stark gegen Albanien. Stärkster Mann in der ersten Hälfte bei den Österreichern. Offensiv. Und er zeigt, in ihm reift ein ganz großer Spieler. Und wieder Tor. 4-2. Und der war es wieder der Reinhard Kinas. Ist denn das möglich? Ich kann es ja gar nicht fassen. Das sage ich schon. Erstens 1931 haben wir den Deutschen fünf Tore geschossen. Und dann schießen wir denen heute vier. Gibt es denn so etwas? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich so einen Tag in meiner 20-jährigen Laufbahn als Kommentator, wo ich schon fast zehn Spiele Österreich gegen Deutschland übertragen habe, je erlebt habe. 4-1 für die österreichische Fußballnationalmannschaft. Heute zur Eröffnung im Wiener Stadion gegen die Bundesrepublik Deutschland. Ist das ein Fußballfest, meine Damen und Herren. Reinhard Kinas. Oft geschimpft als Teamspieler. Wegen Fehler in der Vergangenheit. Heute zweifacher Torschütze. Ebenso wie Toni Polster. Zwei Tore aus dem Spiel heraus. Glänzend gemacht. Und ihm lohnt die Chance. 4-1. Zwei Tore aus dem Spiel heraus.